Herzlich Willkommen zurück zu minecraft So, wir sind jetzt eine große neue minecraft let's player Oh Gott So Wir müssen den Weg nach oben finden, ich glaube das war hier Und hier Nichts Hier oben Wenn mich nicht alles täuscht, hier oben Ja Hm Moment Hier sind wir lang gekommen, so viel weiß ich Hier unten waren wir nicht Wir sind dann hier, also wir waren weiter oben Bauen wir jetzt mal ab Hier Ah Okay Das Wird schwieriger hier raus zu kommen als erwartet Aber Hier haben wir ja angefangen Ach hier So 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 Und Freiheit Na ja, so halbe Freiheit Sehr schön Sehr schön Wir haben jetzt jede Menge Krusch So Oh Oh Oh, jetzt wird's grad dunkel Passt perfekt Passt perfekt Passt perfekt Passt perfekt Okay Und hoch Hier ist natürlich nichts gewachsen Hier ist natürlich nichts gewachsen Kommt hier rein Komm mal hier So Fleisch behalten wir uns Pflanze ich eine Kartoffel so ein? Nein Nein Ja Eine Kartoffel pflanze ich so ein, alles klar Jetzt ist die Frage Wo sind wir hier? 75 Hm So hoch sind wir gar nicht So Was bauen wir denn als nächstes? Ich würde sagen wir fangen mal an Mit der Abholzung der Wälder So Warum stehst du denn da eigentlich noch? Weg Und dann bauen wir den Stall oder die Wiese für die Kühe Und werden wir ein paar ähm Kühe züchten Sollte schon mal anfangen damit zu füchten Sollte schon mal anfangen damit zu füchten Ops Ja ich brauche mehr Lieder Eindeutig mehr Lieder in dieser Playlist Denn es wiederholen sich doch schon ziemlich häufig So So Das werde ich hier auf jeden Fall auch mal weg Drehen Whip Im Stück Plops Im Stück keine 64 machen wir einfach mal so eine kleine weide hin so eine vorläufige eine vorläufige weide für die kühe können sich dann hier drin tummeln wie sie lustig sind da nein so 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 das ist das Türchen wo sind sie denn wo sind sie denn fangen wir von da hinten mal an ey ey Kuh Kuh ey ey guck mal was ich hab guck mal die interessiert sich nicht für uns na kommt ja ihr seid schon so brave kleine Tierchen na kommt guck mal was ich hier hab eigentlich ey Kuh hey ein bisschen dümmlich da ich weiß Komm her! So, hierher! Komm! Na! Hierher! Ja, brav! Nix, nix! Doch, eppigei! Ihr beide kommt raus! Ist halt meine Zuchttür! Puh! Da! Oh! Haben wir es zerstört! Schade! Müssen wir dann irgendwann mal wieder richten! Oh! Ihr wollt schon wieder? Baby kommt hier nichts! Plops! Das ist doch schon wieder! Ja! Schon wieder Gothic! Ich hab anscheinend sehr viele Gothic-Lieder drin! Mäh! Mäh! Oh! Schon wieder eins fertig! So! Jawoll! Geh doch! Ist doch alles klar! So! Bauen wir dann weiter hier in dem Haus! Ups! Und! Um 8! Kommt immer hier rein! Möchte ich nur mal ganz kurz! F3! So! Moment! Hi! Mein Stryver! Und! Ja! Das tut's auch! Wir sind auf! 75! Alles klar! Ich werde nämlich jetzt noch mal ganz kurz in die Mine runterlaufen! in unserem Basisraum! Und gucken! Ähm! Wegen der Eisenbahn! Oder wegen dem Schienennetzwerk! Dass wir da dann schon mal anfangen können! Autsch! So! Weit ist es ja nicht! Ich habe hier Eisenbahn! So! Es ist so richtig weit! Ist es ja nicht! Aber es geht dann trotzdem, wenn wir einen direkten Zugang dann dorthin haben! Und trotzdem schneller! So! So! Plups! Dann einmal hier durch! Runter! Hier runter! Einmal ausweichen! Dem Rand entlang! Hoch! Und da sind wir schon wieder! So! Hier sind wir bei... Sechs! Acht! Neun! Zwölf! Neun! Sieben! So! Jetzt muss ich nur noch herausfinden, in welche Richtung wir müssen! Äh... Das ist... die Strecke! Diese hier, oder? Hier hätten wir... Oh! Das wäre dann hier! Hier so der Gang! Und dann nach oben! Guck mal nochmal! Wer haben wir noch? Ja! Graben wir hier mal ganz kurz weiter! So! Ich kriege Licht! So! Oh! Ihr seht jetzt gar nichts! Oh! Loll! B- was? Loll! Moment. Ist das hier das, was ich glaube, was es ist? Bitte. F. Ach man. Jetzt haben wir hier schon wieder was Neues zum Erforschen. Bei Diamanten. Ja, aber es ist nice. Haben wir hier so eine Festungsruine gleich mal entdeckt. Dürfen wir uns noch nicht verlaufen. Ist aber unwichtig, denn wir graben hier noch mal einen Tick nach oben. Bauen wir hier einfach ein Fenster ein. So, wir haben jetzt hier den Stein. Ach ja, da ist ja irgendwas. Lass mich hier offen. Was bist du? Kohle. Xylit. Licht. Äh. Licht. Wir müssen hier doch ziemlich hoch kommen. Das ist sehr weit hoch zum Teil. Ähm. Ja. Gucken wir mal. Wir überziehen schon wieder. Hier hören wir jetzt einfach mal auf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also Leute. Tschüss. Yee. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020